I2B, das Ideen- und Innovationsnetzwerk für Nordwestdeutschland. Der I2B-Meetup am 4. September 2012 im Finanzzentrum Ambrill der Sparkasse Bremen. Erneut eine gut besuchte Veranstaltung, diesmal zum Thema Unternehmensfinanzierung. Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bremen, Andreas Heyer, eröffnet die Veranstaltung. Er betont, ein umfassendes Finanzierungsangebot mache einen guten Standort aus. Auf dem Podium beteiligt unter anderem RKW Bremen, die Bremer Aufbaubank, der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Martin Siemer, der Bankenverband Bremen und nicht zuletzt der Gastgeber, die Sparkasse Bremen. Alle Beteiligten stehen den zahlreich fragenden Zuschauern Rede und Antwort, sodass jeder sein Anliegen vortragen kann. Fazit der Veranstaltung. Bremen ist in Finanzierungsfragen und Angeboten für Unternehmen gut aufgestellt. Wer Finanzierungsmöglichkeiten sucht, ist mit einem ersten Kontakt bei der Wirtschaftsförderung oder bei der Gründungsleitstelle des RKW auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. Aber auch alle anderen Institutionen stehen gerne zur Verfügung. Das nächste I2B-Meetup findet am 9. Oktober statt. 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 Bis zum nächsten Mal.